Der Sportartenvorschlag für Frauen. Hier geht es um das Thema Tanzen, Tanzen, Tanzen. Hier mein Vorschlag an dich, liebe Frau. Lass tanzen. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich sage es den Menschen immer wieder und ich sage es gerne auch dir. Ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten, dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen. Denn hier geht es also um deinen Tanzerfolg. Wenn du dir vorstellen kannst, von mir, dem ARTV IHK World Dance Conceal Gütesiegel ausgebildet, und Privat-Tanzlehrer Tanz-Provatstunden zu nehmen für deinen Tanzerfolg, wenn das für dich interessant ist, dann der Vorschlag, lass uns in Kontakt kommen über das Kontaktformular oder über die Nummer 0176 840 44 661.